Wie nutzen Sie das Internet? Oh, vielfältig. Eigentlich als schnelles Medium, um vielen Erfahrungen zu bringen. Allerdings immer so, dass ich alles versuche, mit anderen Internet-Eintragen zum Filmthema abzugleichen. Denn einer Sache alleine darf man nicht glauben. Sind Sie auch in den sozialen Medien unterwegs? Twitter, Facebook und so weiter? Nein. Das ist mit Suchzahlaufwendig. Dann verruhre ich mir die ganze Zeit nur noch in dieser Kiste. Angst vor Informations-Overkill? Angst nicht, aber wir haben den. Insofern Nein sagen, das ist die große Kunden. Das braucht zur Information. Und das gelingt Ihnen immer? Nicht immer. Wir müssen raus.